Wo bleiben die denn? Ich sehe die Schlagzeilen schon vor mir. Lahnstein, Hochzeit geplatzt, Braut vor dem Altar stehen gelassen. Herrlich. Marlene trägt ein Kleid von LCL. Die Augen der ganzen Presselandschaft sind auf uns gerichtet. Wenn Tristan das versaut, gibt's Tote. Tristan... Du musst jetzt nichts sagen. Gib mir die Antwort einfach morgen vor Malta. Wo soll's denn hingehen? Irgendwo in die Sonne? Wohl eher nicht. Aber die Antarktis soll ja auch sehr hübsch sein um die Jahreszeit. Also, versteh mich jetzt nicht falsch. Ja, ich finde grundsätzlich die Auszeit gut. Ich brauch einfach mehr Koffer. Aber das sieht so aus, als hättest du was Längeres vor. Was soll ich denn mit einem Kurztrip? Du kriegst den Kopf frei. Und dann komm ich wieder zurück und lauf wieder Marlene über den Weg. Ich will nicht, dass alles wieder von vorne losgeht. Du meinst es wirklich ernst. Du willst so richtig weg. Sie heiratet morgen meinen Bruder. Was soll ich machen? Ich hatte es einfach nicht mehr aus. Na, wie war's? Wo? Auf dem Junggesellenabschied unserer Großen. Habt ihr so auch nicht krachen lassen? Was ist denn los? Marlene ist sich nicht sicher, ob sie morgen wirklich heiraten will. Bewusstlos? Sie hat behauptet, dass sie zu wenig gegessen hat, weil sie wegen der Hochzeit nervös ist. Sie war völlig durch den Wind und hat die ganze Hochzeit in Frage gestellt. Oh. Und als wir zum Feiern im No Limits waren, da war sie die ganze Zeit über nicht richtig fröhlich. Kalte Füße? Oder steckt da mehr dahinter? Ich glaube, sie liebt Tristan nicht. Jedenfalls nicht so... Sondern? Rebecca. Das fällt ihr früh ein. Na toll. Das darf doch nicht wahr sein. Entschuldige, Vicky. Ich weiß, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zum Klugscheißen. Was machen wir denn jetzt? Marlene will mit Tristan reden. Aber sie hat gesagt, dass sie mich sofort danach anruft. Und ich mache mir langsam wirklich Sorgen, weil sie schon vor über zwei Stunden losgefahren ist. Ja, dann ruf sie doch nochmal an. Ja, dann ruf sie doch mal an. Das ist ja, dann ruf sie doch. Ja, dann ruf sie doch mal an. Schatz, egal was du tust oder wie du dich entscheidest, Papa und ich, wir halten zu dir. Wir wollen, dass du das weißt. Ich weiß, wer du bist. Rebecca, du willst jetzt aber nicht einfach mitten in der Nacht abhauen, ohne irgendjemand mal Joss zu sagen, oder? Entschuldige. Mach's gut. Und vielen Dank für alles. Vor allem fürs Zuhören und für deine guten Ratschläge. Ach, immer wieder gerne, aber ich habe eigentlich gar nicht von mir gesprochen, oder zumindest nicht nur. Was ist mit deiner Familie, deinem Job bei LCL? Daniel, darf ich dir einen letzten guten Ratschlag geben? Wäre es sehr unhöflich, wenn ich ihn ablehne? Ja. Schieß los. Okay, ähm, frei übersetzt. Nur wer dem Alten Lebewohl sagt, ist frei für das Neue. Toller Ratschlag, Dr. Mendez. Ist ja auch leicht, den Schlauberger raushängen zu lassen, wenn man selbst nicht betroffen ist. Da hast du gerade selbst deine Koffer gepackt und dich auf den Jakobsweg verkrümelt. Tja, aber ich habe vorher anständig in St. Vinzenz gekündigt. Ich habe mich von meiner Familie verabschiedet und ich wollte immer zurückkehren. Wirst du zurückkehren? Irgendwann? Marlene, du glaubst nicht, was Dana gestern noch am Pool gebracht hat. Das interessiert Marlene bestimmt überhaupt nicht. War eine schöne Idee mit dem gemeinsamen Frühstück. Ja. Wie bitte? Hast du immer noch Kreislaufprobleme? Quatsch, sie ist wahrscheinlich nur aufgeregt, oder? Schau mal, Marlene, die sind gerade für dich abgegeben worden. Sind die nicht wunderschön? Wow. Danke. Wurde, von wem sind die dann? Äh, eine Sekunde. Alles Gute zur Hochzeit, Erik Lanz und Gloria Redaktion. Dieser Block ist aber auch wirklich ein Schleimhaut. Äh, Vorsicht, da ist bestimmt eine versteckte Kamera drin. Äh, Justus, wenn Sie so nett sind, würden Sie die in Westblüge stellen? Sehr gerne, Graf. Ja, Marlene, was soll ich sagen? Willkommen in der Familie Nernstein. Du meinst wahrscheinlich willkommen zurück. Unter anderem Voraussetzung. Am Anfang war das ja etwas holprig mit uns, nicht wahr? Aber jetzt machen wir unsere Sache ganz gut, oder? Tja, was lange wehrt, wird endlich gut. Komm mal her. Ja, ich bedauere nur, dass Ludwig in Peking unabkömmlich ist. Er wäre sicher gerne bei der Hochzeit dabei. Das finde ich auch wirklich sehr schade. Ja, wir haben alle noch zu tun. Guten Morgen. Ich habe noch etwas Drängendes zu erledigen, aber wir sehen uns gleich in der Kirche. Tja, ich bin dann die, die vor dem Altar auf dich erwartet. Bis später. Ach, Christoph. Ab heute Mittag dürfen Sie mich Schwiegersohn nennen. Na, wer weiß, wenn alles gut läuft, dann sind wir morgen vielleicht sogar per Du. War nur ein Vorschlag, okay? Ich habe es ein bisschen eilig. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Also gut, aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie Marlene nicht sagen, sonst denkt Sie irgendwie noch, das wäre eine Schlechtesum oder sowas. Was ist denn? Die Ehring ist weg. Ich habe keine Ahnung, ich muss jetzt einen Jubiläer nach Solingen und neue besorgen. In Düsseldorf gibt es keine Jubiläer? Doch, aber das ist so eine Familientraditionsgeschichte, das erkläre ich immer bei einem Glas Rotwein. Okay? Okay. Und dann gibt es also doch eine Hochzeit? Ja, es scheint so. Und jetzt? Ja, jetzt holst du deinen Anzahl aus der Reinigung. Und ich werde mal hören, wie es Marlene geht. Gut. Aber wenn es irgendwie noch Probleme gibt, dann rufst du mich an, ja? Kein Sporn. Sie können jetzt hinein, endlich. Nein, nein, wir verraten immer noch nicht, wer unsere Cinderella ist. Sie müssen schon selber herausfinden, wer das Hochzeitskleid für Marlene von Landstein entworfen hat. Nein, externe Fotografen sind nicht zugelassen, aber wir werden Ihnen dann eine Pressemappe zukommen lassen. Ja, genau. Wiederhören. Cinderella, was kann ich für dich tun? Nichts mehr. Ich habe keine Zeit für Rätselraten. Sag doch einfach kurz und deutlich, was du willst. Ich will kündigen. Wenn das ein Witz ist, dann wo genau ist die Punta? Hier ist sie. Ich verlasse Düsseldorf. Oh, bitte, das ist nicht Cinderella. Cinderella, das ist jetzt irgendwie eher der sterbende Schwan. Ich ertrage es nicht, dass meine große Liebe jetzt doch nicht lesbisch. So mein Bruder heiratet. Rebecca, sei mal ein bisschen professioneller. Denk an deine Karriere. Ich habe dich gerade zu Chef die seinerin gemacht. Ich bin nicht hier, um das auszudiskutieren, sondern um dir Bescheid zu sagen. Okay, Rebecca, jetzt hör mir gut zu. Ich sage es nur einmal. Du hast jede Menge Potenzial und du kannst dich hier bei LCL weiterentwickeln. Wenn es irgendetwas gibt, womit ich dich halten kann, dass uns darüber sprechen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Danke trotzdem. Ist das dein letztes Wort? Dann hör mir mal zu, Schätzchen. Ich werde dafür sorgen, dass die Rechtsabteilung dir eine Konventionalstrafe aufbrummt, von der du dich nicht mehr erholst. Tu, was du nicht lassen kannst. Und noch etwas, Rebecca. Nur für den Fall, dass du dir nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr überlegst, wiederzukommen. Wenn du jetzt gehst, dann brauchst du nicht mehr wiederzukommen. Das war's dann.